oh sehr gut ich drücke immer die falsche taste ist das ja da müssen wir uns noch ein bisschen einspielen mit den tasten vielleicht sollte man erst mal eine anbaufläche bauen kleine anbaufläche genau dann können wir da nämlich da habe ich eine rübe die könnte man da anpflanzen wie kann man eigentlich hier die plüder die den flot irgendwie vergrößern wie machen wir brauchst du einen diesen hammer diesen werkshammer musste dir dazu erst verhaften dafür brauche ich ein seil wo sie jetzt mal gucken wie ein seil herstellen kann so ein seil können wir erst ich brauche noch ein blatt ok rübe pflanzen ich habe mal eine rübe gepflanzt und die müssen wir wahrscheinlich auch mit süßwasser gießen nehme ich mal an wasser pflanzen wasser pflanzen das heißt bestimmt pflanzen wäscher bisschen bisschen was nachgefüllt wir müssen unbedingt unser unser raft ein bisschen erweitern sonst ist der hai unser ganzes zeug auf deswegen ja wenn du mir die planken wieder gibst ich habe so ein hammer dann kann ich vielleicht schon mal moment aber ich bin so schlecht in dem haken werfen ich auch aber jetzt kunst stopp er damit so eine insel die haben wir wieder verpasst bei der nächsten insel springe ich einfach schnell drauf und wie mache ich es mit ohne mit oder das mal so wie hast du die planten da sind sie so dann gucke ich mal dass wir so da überall hin damit unsere gegenstände ein bisschen gesichert sind ach jetzt brauche ich wieder kunststoff warte mal kunststoff habe ich auch verdammt das war das falsche und stoff kunststoff wenn ich das zeug so im vorbeischwimmen aufsammeln das ist das kunststoff ja ja wo wollte ich den hin machen da als puffer weißt du wenn der hai da kommt sammeln sammeln so die sonne geht auf die sonne geht das angell ich wieso habe ich das nicht bekommen was die 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 dinge das fast weil ich eher dran war ach du hast das fast nie da ja noch so was hast du gebaut aktual sie jetzt hier gezüchtet ja hier kann ich erstmal planken rein machen denn ich habe eine rübe ich muss nämlich was futtern dann kannst du eine rübe auch pflanzen da haben wir dann mehr wert von wie wenn du die gleich futterst einfach so ach so kann ich das nochmal entfernen vielleicht aber ich muss ja eh grad was essen ja dann ist was das ist noch ein bisschen nahrungspuffer okay kann man die schon ernten hier nee oder ich glaube nur nicht ich glaube das würde da stehen damit die ernten kannst denk schon ja wie lange muss ich das eigentlich drauf lassen weißt du das zufällig das hört dann automatisch auf zu grillen wenn es fertig ist eine planke shark ist weit und breit nicht zu sehen ja ich habe den grad gesehen das ist aber so verdächtig ruhig ich gehe mal kurz ich will aber meinen haken die haltbarkeit vom haken auch nicht ständig oh er ist da ne er ist da schnell oh storm komm rein ich bin da gut erst mal was futtern wenn mal wieder mein magen knurrt aber auch schon wieder heftig muss auch mal gucken dass ich mutter irgendwo her kriege ich habe auch nichts mehr im und fast könnte man wieder ich sehe schon sternchen hast du nichts zu fressen kannst du dich die rübe hier entfernen und grillen platzieren nee das geht glaube nur nicht entfernen aber das ist glaube ich nicht sinn der sache okay bei teels wenn ich was trinke was kann ich denn hier noch nicht stellen so am verdursten bin ich auch dann ist das ist das ein stress ein hammer was bräuch ich finde hammer ein spiel wo ist der hai wo bist du hallo hat er mich mit gerissen oder was war das so aus ja bitte mach schneller oder irgendwas mit was zu essen drin hinter diesen fass ich habe eine rübe ich packe rübe rauf oh ja danke wenn du so irgendwas als kartoffel oder so können wir ja anklang sind hier wir haben ja ein bisschen platz ich guck mal mein tage habe ich nicht ich habe nur noch in ich habe nur noch eine komische blaupause mit antennen da ist ein fass tag und was war drin nichts zu futtern da vor das echte mangelwaren ja das ist jetzt echt ich bin kurz vor ein fahrer reiniger grill doch schneller ich sehe schon ganz verschwommen vor hunger oh je oh wie oh wie halte durch konrad nein die kann man ja eigentlich auch roh essen ja glaube ich hole die runter und fress die roh oder oder ist es noch das geht jetzt ist fertig erst schnell wo sich die erst aus dem inventar holen und essen gott sei dank gerade noch so fast fast aber ich hab's war aber wieder nichts zu essen drin da ist noch ein fass aber da kommen wir nicht dran wahrscheinlich das ist noch ein bisschen planken wieder ja ein bisschen das floß erweitern ja das arg eng hier und zack dass wir auch vor dem haie ein bisschen sicherheitsabstand haben eben und auch eine größere range haben um das zeug aus dem wasser zu sammeln richtig kommt eine trinkflasche das ist schon ein bisschen herausfordernd das spiel also für uns zwei auf jeden fall es hat echt was auch wir können ernten rübe geerntet da haben wir zwei stück am plan sich gleich mal zwei an oder in der hoffnung dass man das mal wasser finden ach wir müssen wasser nachfüllen ich habe es gerade geholt planen platzieren so verduchst du die mich schnell gleich und vor es muss ich auch schon wieder ich muss auch schon wieder essen da vorne boah da bist du echt so schnell am verhungern ne ehrlich mal aber vielleicht hätte man die zwei rücken besser fressen sollen als aber naja boah dass das essen dass man so schnell hunger kriegt hier ist ein fass ich hab's nicht aber ich okay super und es war eine rohe kartoffel drin die könnte ich vielleicht gerade mal auf den grill schmeißen oder zumindest einer von uns gleich was zu essen hat vielleicht finden wir noch ein fass wo wir uns ein bisschen nahrungstechnisch über wasser halten können so ich schon so da haben wir ein fass aber das immer zu weit weg glaube ich ich muss echt was essen ich bin bei euch auch mein magen mein magen knut scheiße ich schon wieder verschwommen ich auch wie war das mit der angel ich will angeln hinter dir das holz dazu brauche ich noch seile ich kann das her kann ich das nicht mal einsammeln das ging gerade nicht also kartoffel draufgepackt ich habe eine kartoffel draufgepackt ja bist du sie schnell ok aufnehmen ach so wie nämlich also alles klar so und habs und bitte lass was zu essen drin sein alter aber natürlich nicht okay jetzt geht es noch eins klein bin ich gut hast fast und gut und es ist nichts zu essen drin konrad weißt du was wir machen müssen wir müssen uns unbedingt schwer herstellen die es sich jetzt einfach es immer die es sich jetzt auch wo kann die roh gegessen wird überhaupt kann gekocht oder für mehr kartoffeln oh nein die kann man gar nicht wo essen dann pflanze ich die aber auf jeden fall noch schnell ein bevor ich sterbe konrad weißt was wir machen müssen was essen ja das auch aber falls wir hier drauf gehen sollten regnet es auch noch ja da müssen wir unbedingt zusehen dass wir damit wir ein speer herstellen können weil es ist ein speer wir brauchen unbedingt speer ja ein speer habe ich dann töte sharky ja den kann ich ja mit dem speer nicht so leicht töten oder doch da braucht man ja einen besseren speer oder nee das geht doch mit dem anfangs speer frisches wasser das dauert halt bloß ein bisschen etwas länger bis er tot ist schnell gießen und ich habe es getrunken ich guck mal was ich hier herstellen kann ich habe nämlich einiges eingesammelt bin wahrscheinlich gleich tot oh nein sharky seil ich hätte wenigstens noch unser bloß bevor wir sterben bevor ich sterbe so kommen natürlich keine fässer mehr oder die sieht man jetzt auch nicht mehr so gut so späer aber warte ich könnte ja mein ganzes inventar mal abschmeißen einfach ich brauche ich brauche noch bretter viel speer ich schmeiß mal alles dahin oder die walfe weil ich habe das gefühl ich bin gleich weg vom fenster ich guck mal ah du hast ein speer sehr gut sehr gut so ich warte drauf bis ich sterbe konrad stirbt nicht ja oh da ist eine kiste die ich abgeschmissen habe glaube ich ins wasser gefallen sammelt das mal lieber schnell ein ich gehe in alle verloren bist du wo denn die ist da abgetrieben schon da kommt ein fass hol mir das fass ich sehe schon in schwarz weiß schnell ich komme ich habe noch ein bisschen leben ich wohne selber und nichts zu essen drin ich verhungere auch gleich ehrlich ja ich sehe auch schon das bringt auch schon bei mir ich bin schon wieder beliebt dann schmeiß mir alles hin ich nehme mein zeug bin jetzt wieder im lot so okay ich schmeiß alles hin ja ähm können wir immer im wechsel sterben eigentlich kann nie was passieren das stimmt ich habe hier auch noch eigentlich ach verdammt oh das das lager was ich dir da hingepackt habe das kannst du da kannst du hier hin bauen dann können wir was rein machen ja das packe ich mal dahin ist halt alles noch ein bisschen eng ne aber das lager ist gut da müssen wir das zeug wir haben uns hin und her schmeißen eben da können wir so zeug reinpacken was wir da nicht wirklich brauchen die öffnen lager ach ja siehste da mache ich mal das rein ok warum kann ich das jetzt nicht sammeln du bist am verwungern ne ja die sind reif die sind reif ich schmeiß dir eine rübe auf den grill schmeiß mal die kannst du auch roh essen da wo ist sie ist mal ist mal äh ich esse sie mal ist mal eine rübe und pflanze die anderen zwei ein ok und die andere kannst du ja auf den grill schmeißen vielleicht so die andere pflanzen wir mal ein oder mhm so gut machen wir jetzt nur noch was zu trinken und dann können wir wieder weiter machen ja das ist ganz schön stressig ne ja es ist stressig aber macht irgendwie schon Laune öffnen dann werde ich mal das andere zeug hier auch mal reinpacken ins lager vorsichtshalber mal also essen ist unser größtes problem ne ja oh davon ist eine insel ich glaube wir treiben auf eine insel zu und ich will immer noch gucken dass ich die angel hin oh ich kann eine angel machen geil wie angele ich jetzt okay und dann muss ich wahrscheinlich warten bis was anbeißt oder und habe ich was ich habe ich was am haken so dann werde ich das gleich mal eben mit süß was erfüllen hast du was gefallen oh guck mal auf den grill oh ist das eine flunde das ist ein rotbarsch ein rotbarsch mhm geil ich gehe mal ich angel mal ein bisschen okay gut ich sammle dann mal weitere materialien ja aber endlich angeln ich weiß nicht warum aber in jedem spiel angel ich gerne schon bei world of warcraft damals habe ich immer voll gern geangelt was habe ich jetzt geangelt so ein stinke fisch gar nichts dabei was es ist okay kunststoff ist immer gut so jetzt haben wir zumindest die angel ist gut aber die hält auch nicht ewig was war da jetzt am haken eine rohe makrele nix und ein herring oh wir können so viel fisch essen bald storm mhm jetzt wird es dunkel ich sammle mal hier die zeug mal ringsherum ein vielleicht sollten wir uns auch mal ein bett kaufen du kannst mir mal den hammer geben dann kann ich dir das mal ein bisschen erweitern okay du kannst dir aber auch einen hammer craften ich weiß gar nicht ob ich so viel material schon für den hammer habe ach so warte mal hammer hammer ich schmeiß ihn dir da hin so weil dafür brauche ich ja dann auch wieder ich angele erstmal bis meine angel hinüber ist dann haben wir zumindest mal ein paar fische im petto dann ist das nahrungsproblem mal nicht mehr so groß her mit dir ich brauche mehr davon schade dass das die reichweite nicht so weit ist hier mit diesen äh mit dem haken mit dem haken genau da kannst du aber glaub irgendwann auch mal einen besseren haken bauen der eine größere reichweite hat oh Sharky Sharky der macht unser Bock kaputt hast du nen Speer? ich hab nen Speer ja hau drauf da oh der hat es kaputt gemacht guck mal was ein assi und dein haken hängt da am hä? der liegt da am Boden hole mal ein der hängt fest der hängt der hängen geblieben mein Freund Verlangen hart kann lange hängen lassen. Ich krieg den nicht eingezogen, der hat das Verpackte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020